Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hatte ja letztens ein Review zu The War Z gemacht, in dem ich halt meine Meinung zum Spiel nach den ersten zwei Stunden geäußert habe. Dabei waren halt viele negativen Dinge. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen auffrischen, weil es hat sich ein bisschen was getan. Und, äh, ja, wieder mal ohne Bilder, ohne Video, äh, weil der Entwickler das noch nicht erlaubt, für die Leute, die es aber noch nicht wissen. So, äh, also zuerst einmal wurden viele Sachen gefixt, also Patch gab's. Ähm, zum Beispiel, was ich letztens kritisiert hatte, man verdurstet oder verhungert jetzt nicht mehr so schnell. Es spawnen mehr Items, äh, man kann jetzt von hinten von der Taschenlampe oder so nicht mehr gewonhitted werden, was sehr gestört hat. Die Zombies lassen sich jetzt auch einfacher töten, äh, und, und, und. Ähm, mittlerweile habe ich, ähm, meine letzten beiden Tage nach der Arbeit fast ausschließlich damit verbracht, wo er sitzt zu zocken. Deswegen kann ich jetzt um einiges genaueres, äh, ein genaueres Statement abliefern. Äh, gestern und heute habe ich zusammen mit bis zu vier Kumpels gezockt. Äh, wir haben zusammen eine Stadt unsicher gemacht und haben dabei echt viel erlebt. Also, das hat meine Meinung eigentlich komplett verändert zu dem ersten Tag. Also, die Action und Spannung im Spiel kann man mit DayZ definitiv vergleichen. Wenn man zum Beispiel gute Items hat, dann kriegt man wirklich sehr schnell Herzrasen, wenn man kurz vorm Sterben ist und ärgert sich dann natürlich umso mehr, wenn man dann stirbt. Äh, aber genau das ist das Tolle, was ich bei DayZ ja auch so geliebt habe, einfach dieser Nervenkitzel. Vor allem in der Gruppe macht das sehr viel Spaß, ob man nachts die Taschen, Lampen, Lichter verfolgt oder ihnen ausweicht, ob man vor Zombies oder anderen Spielern flüchtet, Schüsse hört oder entweder darauf zuläuft, um sich die Waffe zu schnappen oder einfach ängstlich abhaut. Und alles das macht WarZ aus. Äh, klar ist es sehr ähnlich zu DayZ, aber kann meiner Meinung nach definitiv mithalten. Äh, was ich bemerkt habe, man trifft sehr oft auf Spieler. Das kann ein Plus- und Minuspunkt sein, je nachdem wie man es sieht. Äh, manchmal nervt es schon, aber man kriegt dadurch schon einen gewissen Reiz. Äh, natürlich gibt es sehr viele Arschlöcher, die sich bei jeder Gelegenheit halt umbringen. Das hatte ich letztens, glaube ich, auch schon erwähnt. Äh, aber das ist ja bei DayZ auch nicht wirklich anders. Schlimm finde ich halt nur, wenn da ein Sniper-Feiger auf dem Berg hockt und sich einen keult, wenn er dich trifft. Und, ja, das ist Feiger einfach. Aber okay, auch das gibt es in DayZ. Also der Suchtfaktor ist meiner Meinung nach sehr groß, weil man halt auch diesen Sammlungsdrang hat, wie bei Diablo oder so. Äh, was mich auch zum nächsten Punkt bringt, denn was WarZ definitiv besser macht als DayZ, was natürlich auch ein bisschen mit den Möglichkeiten von Engine abhängt, äh, ist das Charaktersystem. Also die Fähigkeitspunkte, die ist übrigens noch nicht, die wurden noch nicht eingefügt, aber das wird dann auch ein Punkt sein, was ich gut finde, aber kann ich noch nicht viel zu sagen, weil es die halt noch nicht gibt. Aber ich rede viel mehr von dem globalen Inventar. Also bei diesem Inventar kann man halt die, oder hat man die Möglichkeit, Sachen einzulagern. Das heißt, du findest zum Beispiel eine Pistole ohne Munition. In DayZ würdest du dann so lange nach Munition suchen, bis du dann irgendwann drauf gehst, und halt so auch die Pistole verlierst. In WarZ lägerst du die Pistole einfach in das Inventar ein, äh, kannst dann ruhig ein paar Mal drauf gehen, macht ja nichts, wenn du nichts anderes Tolles hast, äh, findest dann irgendwann Munition und schnappst dir die Pistole dann wieder und dann hast du sie. Und auf das globale Inventarkast dann natürlich auch mit jedem Charakter zugreifen. Das heißt, wenn du die Pistole, oder wenn du Munition mit einem anderen Charakter findest, kein Problem, schnappst du die halt mit dem. Und das geht halt praktisch mit jedem, also es geht mit jedem Item. Alle Items sind einlagerbar. So kriegt man dann auch schnell das Nahrungsmittelproblem in den Griff. Wenn man einfach immer alles mitnimmt, äh, und sobald der Rucksack voll ist, einfach einlagern, dann hat man's. Äh, das, ich find das wirklich toll, das System, weil so kann man sich wirklich was aufsparen, ist nichts, also man ist dann selber schuld, wenn man's benutzt. Das muss man sich halt gucken, wann man's benutzt. Man kann's nicht einfach aufteilen. Man hat einfach einen schönen Vorrat von Sachen und das ist wirklich schön. Äh, was ich noch schön finde, ist, sind so kleine Sachen wie Kleidungsstücke, die man auch sehr oft findet, Hüte, Helme, Masken, eher sogar Schutzwesten, äh, die, die dann sogar Schutz bieten. Genauso wie Helme zum Beispiel. Äh, so kann man dann seinen Charakter auch sehr persönlich gestalten, und kann sich dann in einer großen Gruppe zum Beispiel auch gut voneinander unterscheiden. Äh, mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, dass Warzee sehr großes Potenzial hat und ein guter Konkurrent gegenüber DayZ ist. Wer sich übrigens wundert, wieso auf diesem Kanal nicht mehr so viele regelmäßige Videos wie sonst kommen, das liegt dann wahrscheinlich, weil ich so viel Zeit in Warzee investiere. Ja, aber jetzt kann ich definitiv guten Gewissens sagen, wer DayZ mag und auch ein bisschen Frust einstecken kann, weil er halt oft getötet wird oder weil es halt noch die Alpha ist, beziehungsweise dann halt die Beta, es werden wahrscheinlich immer Bugs geben. Äh, aber wer das einstecken kann, den kann ich Warzee definitiv empfehlen. Und, ja, ich denke, soweit habe ich alles eingebracht. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass man nicht so oft Munition findet, beziehungsweise fast gar nicht. Es ist wahrscheinlich auch noch, das wird wahrscheinlich noch gepatcht, bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil das ist eigentlich ziemlich heftig. Das sind eigentlich so Wegwerfwaffen. Wenn man Waffen findet, dann meistens sind die halt dann voll, wenn man sie halt nicht gerade von anderen Spielen hat. Dann sind sie voll und wenn die leer sind, dann sind sie leer. Ich hatte bis jetzt erst ein einziges 9mm Magazin gefunden für der Pistole. Und, ähm, ja, das war's dann auch. Und ich bin wirklich viel am Zocken und daher schon heftig. Auch die anderen Leute, die zusammenzocken, die haben auch nicht viel mehr gefunden. Ja, gut, soweit erstmal dazu. Das war's dann mit dem Review erstmal. Vielleicht mache ich dann den nächsten weiteres, falls sich noch irgendwas ändern sollte, falls sich meine Meinung nochmal ändert oder irgendwas Neues dazukommt. Und, ja, ich freue mich definitiv schon auf das Let's Play dann. Gut, alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch dann wieder ein bisschen informieren und diesmal kann ich sogar eine Kaufempfehlung raushauen, würde ich sagen. Meine persönliche Meinung halt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, lasst knacken und viel Spaß beim Zocken. Ciao.